Ich bin Prinz Adam von Griskol. Ich kämpfe für das Gute bei der Macht Eternias. Ich liebe Kabelbiver! Ich bin in die Zukunft gekommen, um den Letzten der Menschheit beim Kampf gegen das Böse zu helfen. Mein schlimmster Feind, Skeletor, ist mir gefolgt. Hier in der Zukunft hat er neue mächtige Verbündete gefunden. Mit ihnen setzt er seinen ewigen Kampf gegen das Gute fort. Auch ich habe auf dem Planeten Primus neue Freunde und eine neue Familie gefunden. Mit der Kraft der Magie und der Macht des Guten kämpfen wir gegen die Armeen der Dunkelheit. Das Gute gegen das Böse. Der Kampf geht weiter. Das Gute gegen das Böse. Nimm das, du Schuft! Und das hier! Bleib unten, Clips. Ich kümmere mich darum. Gut gemacht, Adam! Erwischt! Ich bin Sieger, du Schurke! Ich habe wieder gewonnen! Ich muss zugeben, sowas hatten wir auf Etern. Ähm, ich meine Levitan nicht. Das ist ein Hologrammraum. Das war ein echtes Hologramm von Dukan. Er war in alten Zeiten ein wahrer Held vor Zentelks. Geht schon vor. Ich komme nach. Was ist los, Master Zebrian? Adam, wir haben einen Notfall. Meinst du, ob Hiemen uns zur Verfügung steht? Ich habe das Gefühl, das tut er. Bei der Macht Eternias! Ich, Hiemen, habe die Macht! Das ist ein Notsignal aus alten Zeiten, Hiemen. Eines, das wir seit Jahrhunderten nicht mehr gehört haben. Es kann auch ein Trick sein. Skeletor war in letzter Zeit recht ruhig. Wir müssen es unbedingt untersuchen. Wir kümmern uns darum. Hydron Flipshot begleitet mich! Unsere Sensoren zeigen Leben an Bord dieses Raumschiffes. Hiemen und ich werden mal nachsehen. Also, Florm, die heutige Vorstellung heißt, Hiemen beißt ins Gras. Ja, ich liebe gute Komödien. Also, du wirst darüber richtig lachen können. Feier frei! Ach, äh, etwas Popcorn? Ein Wunder, dass diese Schrottmühle noch fliegt. Sieh mal, das ist ein Lebenserhaltungssystem. Unglaublich, das ist ja Dukan. Alarmstufe Rot! Auf euch kommt ein Geschoss zu. Aufschlag in zehn Sekunden. Raus da aber sofort! Wir müssen ihn hier rausbringen. Nichts wie weg! Es ist allerhöchste Eisenbahn! Ich kann so schlechte Vorstellungen überhaupt nicht leiden! Das war wohl nichts. Das macht mich verrückt, wenn die Guten am Ende davon kommen. Flork, das war erst der Anfang. Ich persönlich werde das Ende schreiben! Es ist ein Gemisch aus 11 Prozent Karodin, 38 Prozent Barillium und 51 Prozent Forzanon. Oh, hab ich gut geschlaft. Hallo, Leute! Kann ich dir vielleicht helfen? Hab noch nie in meinem Leben Hilfe gebraucht und ich brauch jetzt auch keine. Also, wenn das nicht schön ist, dich wiederzutreffen, alter Junge. Willkommen daheim, mein Freund. Es ist eine Weile her. Ich schätze, es ist eine ganz schön lange Weile her. Es hat sich vieles verändert, du Kahn. Vielleicht kann dir Adam helfen, dich wieder mit Primus vertraut zu machen. Es wäre mir eine Ehre. Du kennst ihn? Ja, er ist einer der großen Helden in der Geschichte von Primus. Aber ich fürchte, er wird nicht begreifen, dass er heute kein Held mehr sein kann, weil die Zeiten sich geändert haben. Da war ich also in diesem schrecklich feuchten Sümpfen von Ongo ganz allein und stand dem grauenhaften Gommagol-Bulle gegenüber. Pssst. Plötzlich war er da. Plötzlich war er da. Glieb, dein Einsatz, du Tortel. Oh, oh, verzeih. Aber ich war vorbereitet. Ich wirbelte herum und feuerte auf diese nichtsnutzige Kreatur. Immer muss ich den Bösen spielen. Das ist ungerecht. Und das war das Ende von dem grauenhaften Gommagol-Bulle. Jetzt weiß ich, warum du der größte Held auf Primus gewesen bist. Ich wette, er kann sogar Skeletor fertig machen. Skeletor? Wer ist denn das? Ich werde ihn dir zeigen. Mit diesem Hologramm. Das ist Skeletor, der gemeinste, mieseste, nichtsnutzigste Schurke des ganzen Universums. Dieser Haufen Haut und Knochen? Diese Witzfigur kann ich doch mit einer Hand auf den Rücken gebunden schlagen. Meinst du wirklich? Nicht mal He-Man war in der Lage, Skeletor zu schlagen. He-Man? Dieser junge Spund könnte nicht mal meine Satteltaschen tragen. Vielleicht ist He-Man nicht ganz so schlecht. Diese Witzfigur kann ich doch mit einer Hand auf den Rücken gebunden schlagen. Ach, sei realistisch, Opie. Du kannst nicht mal Sahne schlagen. Ich mache Zahnstocher aus deinen Knochen. Okay, alter Knabe. Nur du und ich in einem Kampf bis zum Ende. Wir treffen uns auf den Ebrea in der verlassenen Minenstadt. Morgen, wenn die Sonnen ihren höchsten Stand haben. Ich werde da sein. Du kam? Nein, das kannst du nicht machen. Quatsch, nicht so dummes Zeug, Adam. Ich habe schon gegen Bösewichter gekämpft, bevor du überhaupt geboren wurdest. Ich kümmere mich um diesen üblen Seuchenvogel. Ich verstehe es nicht, Skeletor. Dukan ist für die Bürger von Primus ein absoluter Held. Wenn ich ihn vernichte, wird es das Vertrauen in ihr eigenes Schicksal erschüttern. Und wenn der heldenhafte He-Man kommt, um ihn zu retten, werde ich ihn vernichten. Das Ende von zwei Legenden. Zum Preis von einer. Abheben. Wir sind startbereit, Dukan. Dann lass uns abheben, du verschraubte Blechbüchse, du. Hä? Ach, guck nicht so trübsinnig. Dem alten Weltraum-Wunderling wird schon nichts passieren. Hoffentlich ist das wahr. Dukan, warte. Nimm das bitte mit. Dieses Hologramm-Dings? Aber wozu denn, mein Sohn? Wird dir Glück bringen. Danke, Kumpel. Tja, er ist wirklich unabhängig. Trotzdem, es wäre klug von He-Man, seine Mission ein bisschen zu beobachten. Genau daran habe ich auch schon gedacht. Ha, gleich sind wir da. Da ist der hässlichste Planet, der je erschaffen wurde. Wir sind in der letzten Umlaufbahn. Dann wollen wir mal das gute alte Schießeisen umschnallen. Du warst ein verdammt guter Kumpel. Warte hier auf mich, bin gleich wieder da. Höher! Pass auf dich auf, alter Kumpel. Ich grüße die Eternia. Puh, ist es wirklich beruhigend, dass Verstärkung eingetroffen ist. Danke, Glieb. Sehr freundlich. Von hier an übernehmen wir. Dukan darf uns nicht sehen, sonst denkt ihr noch wohlmöglich, wir glauben nicht an ihn. Wir können aber auch nicht zulassen, dass der Bursche sich umbringt, damit sein Stolz nicht verletzt wird. Darum sind wir ja hier, um darauf zu achten, dass ihm nichts passiert. Na, Dukan, das wird dein letztes Duell. Bleib stehen, blöder Gaul. Dein Gaul hat recht abzuhauen. Hier gibt es für dich nichts zu gewinnen. Merk dir eins, du Knochengerüst. Wer nachgeladen werden muss, wartet der andere. Du willst mir Befehle erteilen? Verdammt, nein. Ich versuche doch nur ein paar Regeln festzulegen. Regeln? Ich mache meine eigenen Regeln. Unerhört, du verlogener Gorilla. Du bist ja ein ganz mieser Betrüger. Du bist ein kluger Beobachter. Es ist eine Schande. Jemand hat Abfall auf diese malerische Straße geworfen. Wir sollten diesen unansehnlichen Müllhaufen wegräumen. Findet ihr nicht auch? Ach, oh, 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 oh. Wir hören los, wir machen zum Rückzug. Diese elenden Betrüger, oh, in einem ehrlichen und offenen Kampf hätten die keine Chance He-Man, man darf doch einen alten Mann nicht so erschrecken Oh, das macht mein Herz nicht mit Sekunde, du hast doch behauptet, dass du es noch mit jedem aufnehmen kannst Ach Blödsinn, das war nur Angabe von einem dummen Veteran, der mein Held gewesen ist Wenn du es wirklich willst, kannst du wieder ein Held werden Nein, das kann ich nicht Ich habe ausgedient, He-Man Moment, du gibst auf, bevor du überhaupt angefangen hast? Bevor ich erledigt bin, meinst du wohl, dieser bursche Skeletor hat mich ziemlich außer Gefecht gesetzt Ach, erzähl kein Unfug, du hast früher auch verloren, aber du hast dich immer wieder aufgerappelt Das war vor langer Zeit, damals war alles anders, heute bist du der Held Du kam, du zerstörst die Hoffnungen von allen Menschen auf Primus Ich bin besiegt Seid gegrüßt, Bürger von Primus, ich hoffe, euch gefällt das Schauspiel Was für ein Schauspiel, dieser Dukan ist nichts als ein Angeber Du solltest nicht so schnell über andere urteilen Tja, euer berühmter Held war ja eine absolute Flasche Aber schaltet noch nicht ab, denn wenn He-Man eintrifft, wird er auch endgültig verblasst Falsch, Skeletor, dieser Held verblasst nicht Auch dieser nicht Und dieser auch nicht Genau aufs Stichwort, ihr Jungs seid so berechenbar Falsch, Skeletor, dieser Held Was haben wir immer im Wilden Westen gesagt? Fahr zur Hölle, Gringo Ja, ja, ja Jippie, ja, ja Schon wieder dieser verrückte alte Trottel Es ist Dukan, er ist zurückgekommen Ja, das Herz eines Helden ist mächtiger als Hunderte von Waffen Ich hab es gewusst Warum bleibt ihr denn jetzt stehen, der Feigling? Ihr Trottel, lasst zu, wie diese wandelnde Antiquität die Besten von euch erwischt! Hallo! Oh, das ist kein schlechter Trick, den musst du mir eines Tages mal verraten Aber nun zieh ich es vor zu verschwinden, die Luft ist mir hier zu bleihaltig Jetzt spielen wir Mutanten um Singeln Feuert weiter, einer von ihnen muss der echte Dukan sein Feuert! Sie gehören jetzt alle dir, Dukan Hey, langsam gefallen mir diese neumodischen Erfindungen Dieses Lichtlasso ist wirklich einsame Spitzenklasse Dukan, du bist der Größte! Ach, schon ein Blödsinn Doch! Lass mich die Satteltaschen für dich tragen Das heißt, wenn du mir vertraust, dass ich das auch kann He-Man, woher weißt du, dass ich gesagt habe? Ja, ich meine... Haha, das macht nichts, schon gut Sag mal, du willst wirklich nicht bleiben? Wir brauchen einen Experten, der unsere neuen Rekruten unterrichtet Ich unterrichten, nein danke Aber ich will dir etwas sagen, wenn du mich jemals brauchst, ruf meinen Namen Dann komme ich wie der Wind angaloppiert Ja, aber er wird noch in Ewigkeiten unvergessen bleiben Möchtest du etwas zu essen haben? Danke, Cass Mh, kostliche Kugelorganischer Zusammensetzung, wie nennt man das? Weintrauben Eine ausgewogene Ernährung sollte immer Proteine, Getreide, Obst und Gemüse enthalten Von wem hast du das denn gelernt? Rate mal von dir Von mir? Oh ja, natürlich Wollte dich nur testen Du hast mit Auszeichnung bestanden Ha 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 an macht 아파 ab bist